Oh, ein Opfer. Kennen wir den? Ah, da steht eine 3. Ich glaube, das geht nicht. Mal gucken. Keine Ahnung, aber ich will es mal realisieren und ausprobieren. Oh, geht nicht. Okay. Ja, dann tschüss. Ich bin noch zu schlecht. Ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber egal. Wo ist denn unsere Abkürzung hier? Ja. Los, mach F. Ich will da hoch. Wieso geht das nicht? Ich will da hoch. Jetzt geht's. Okay. Gut. Zack. Although, was haben wir hier? 300 Lebenspunkte sofort. Geil. Oh. Sweet. Da können wir 2 machen. Oh, Blutpunkt ist auch geil. Können wir auch 2 haben. Das ist schon mal gut. Ah, jetzt können wir die auch leveln. Toll. Verursacht Schaden um 10%. Die war so eigentlich schon ganz gut. 82. Stufe 2. Und was haben wir hier? Oh. Ah, das geht leider noch nicht. Okay. Hä? Kann ich nicht? Aha. Aufwerten. Okay. Jetzt verstehe ich das. Oh. Toll. Acht Blutaufnahme. Na ja. Was soll's. Können wir ja machen. Wir haben ja genug davon. Von den kleinen Teilen. Wenn die Waffe trifft. Okay. Das geht ja bei dem anderen Typen da nicht, ne? Du brauchst die auch nicht aufwerten. Okay. 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 Blutarmut. Blutarmut. Interessant. Hm. Cool. Blutarmut. Okay. Ah ja. Clown. Blutspeer. Du wirst ein Speer aus Blut, der Gegner vor dir durchbohren kann. Geilo. Aber das ist natürlich auch echt... Ja. Mit ohne Blut ist doof. Schattennebel. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder denen deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Das ist natürlich geil. Autophagie. Blutbarriere. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie überschwindet oder zerstört wird. Oh, kosten keine. Das ist geil. Zustand des Körpers. Erhöht meine Gesundheit. Physische Stärke. Ausdauer. Das wollten wir ja machen. Blutkapazität. Erhöht deine Blutaufnahme, wenn ein bisschen Kampferwind wird. Das geht ja momentan bei diesem Heini da nicht. Ah, Sprung. Du führst deine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels aus und verursacht Schaden bei der Landung. Schadenschleier. Hm. Stufe 10 benötigt für die Ulti. Blutbarriere. Du machst es fair los. Was geht hier noch? Gerinnung. Hm, hm, hm. Das Blut des Ziels wird aus deinem Körper gezogen und schwebt zu deinem Mund. Du kannst dich an ihm nähren, ohne deine Beute zu berühren. Alter Verwalterer. Das ist natürlich echt cool. Ah, aber ich glaube, so schlecht wie ich spiele, wäre das gar nicht verkehrt hier. Oder zerstört wird, weil ich nur einen Schlag denn da aushalte? Na egal. Oh. Und natürlich die Ausdauer noch. So. Jetzt haben wir noch 295 Punkte. Das war's dann erstmal, ne? Ja. Okay. Cool. Nein. Stetig. Verdammt. So. Ups. Den hab ich ausgesaugt. Den hab ich leider umgebracht, du. White Shuffle. Ah, ist doch hier dieser Typ in dem, in der Bar da. Jetzt sind wir auch Level 9. Jetzt müsste es ein bisschen besser gehen mit diesem komischen Mistfeeder. Also, das ist doof. Da machen wir den. Ja. Gut. Dann das Ganze normal. Da machen wir auch immer wieder. Da machen wir das. Da machen wir alles. Gutsch. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal auch ein bisschen Blut sammeln. Ich würde ihn gerne irgendwie anspringen, keine Ahnung. Ich finde das schwierig. Warum habe ich das auf 2 gelegt? Ich mache das auf 1. Oh. Und 2 ist dann Autophagie. Das war richtig klug gerade. Oh yeah. Nice. Ja, natürlich ist das nice, aber dadurch verballer ich natürlich Blut. Oh mein Gott. Ich bin so dämlich. Okay. Mist. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Ach hier, holt doch noch. Einen Bürger retten. Achtung. Der gefährdete Bürger überlebt die nächste Nacht vielleicht nicht. Sieh mal nach ihm. Oh Gott. Was? Wo? Oh. Oh. Na, das wird ja lustig. Zwei. Ein, zwei. Ja gut. Okay. Gut, dann halt nicht. Jetzt habe ich hier schon. Aua. Hallo. Mann. Arschloch. Arschloch. Okay. Ach, ist das der Typ, den wir finden sollten vielleicht? Ach, ist das. Ach, ist das der Typ. Ach, ist das. Ach, ist das der Typ. Ich muss das. Ich bin Dr. Reed und ich bin glücklich, dass du dir helfen kannst, aber du musst dich erst calm werden. Drei mal ein Schleuchzeichen und sage dir dein Name. Okay, okay. Ich bin Oswald Thatcher. Das ist das. Ich muss das. Herr Thatcher, dein Freund Newton hat mir geholfen. Ach, du erinnerst mir? Ja. Soll ich den mal irgendwie aussaugen oder so? Oh, lieber nicht. Nein, das ist es nicht wert. Du hast einen Burger gerettet. Burger. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinen Bezirk zurückgekehrt. Toll. Ja, dann. Mal los. Oh, schade. Die Wacken kaputt machen. Dann muss ich nur durchlaufen. Okay. Du bist auch die Leiche des Gangsters. Welcher Gangster? Achso, der von vorhin. Äh, ja, natürlich. Klar, weiß ich. Äh, was? Schon tot? Das ging schnell. Jetzt müssen wir snacken. Okay. Jetzt kriegen wir das vielleicht hin. Ganz vielleicht. Ganz vielleicht. Ganz vielleicht. Aha, ein Schlag also. Alles klar. Das zieht eigentlich ganz gut. Das zieht eigentlich ganz gut. Oh, ja, das ist grundsätzlich... E Oh, ich habe noch G. Stimmt. Geil. Hau ich voll rein. Lauf! Meine Fresse. Nein! Ja! Geil! Oh ja! Nice. War voll easy. Sind Sie krank? Mittellos? Schwester Dorothys Gutschein. Wer sie auch sein und wo sie auch herkommen mögen. Suchen Sie Dorothea auf, um Hilfe zu bekommen. Keine Tricks, keine Kosten, keine Fragen. Suchen Sie einfach Darius Petreskos Haus auf und zeigen Sie diesen Gutschein vor. Okay. Alles klar. Ja, genau. Nachdem Schwester Dorothys Gutschein sich mit einem zwielichtigen Gangmitglied getroffen hat, habe ich ihre Spur verloren. Glücklicherweise habe ich bei der Leiche des Mannes einen verwertbaren Hinweis entdeckt, nachdem einige rasende Skals ihn ermordet hatten. Es ist eine Art Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung im Whitechapel. Der Zettel ist auf Englisch und Rumänisch verfasst. Der Besitzer des Gutscheins soll das Haus eines gewissen Darius Petrescu aufsuchen und nach Dorothea fragen. Sind diese Dorothea und Dorothy Crane eine und dieselbe Person? Hat sie den Erpresserbrief an Lady Ashbery geschrieben? Ich sollte mich wo schnellstmöglich nach Whitechapel begeben, damit mir die Schwester alle offenen Fragen beantworten kann, falls ich sie dort finden kann. Jawoll doch! Das hat ja nur wieder 20 Minuten gedauert. Geil!